Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gwirlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arrivor. Hallo ihr Gwirlinge, es ist endlich soweit. Wir spielen das erste offizielle DSA-Abenteuer, das Schwarze Auge. Unsere Aventurien rufen wieder und mit dabei sind eine ganze Reihe von Gwirlingen mit ihren Spielfiguren, die wir gleich vorgestellt bekommen werden. Wir spielen das Abenteuer Unheil über Arrivor und unsere Helden befinden sich in der Nähe oder in Arrivor. Für diejenigen, die es genau wissen wollen, Arrivor liegt 600 Meilen südwestlich von Darja. Das ist der Nabel der aventurischen Welt. Und sie sind einem Aufruf gefolgt und haben sich eingefunden am Kellernlokal Blutleser. Und der Meister unserer Runde wird sein Moschen. Hallo Moschen, sag mal hallo. Servus. Genau, diese Stimme werden wir noch sehr, sehr häufig und sehr lange zu hören bekommen. Und unsere Charaktere wissen nicht, was auf sie zukommt. Wir alle kennen das Abenteuer nicht. Niemand hat sich gespoilert. Und wir kennen auch unsere Charaktere gegenseitig nicht. Die werden jetzt zum allerersten Mal aufeinandertreffen und schauen, was sie miteinander anfangen können. Und damit bin ich auch schon durch, weil ich ja, wie gesagt, über das Abenteuer gar nichts weiß. Ach so, eine Sache noch. Wir spielen DSA 5. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen. Ja, das ist eine kleine Regeländerung zu dem Vierer. Aber da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Aber gut, dann fangen wir ins Abenteuer. Was alle eure Helden ja bekommen haben, war ein Ausschrieb. Den lese ich einfach mal vor, auch für die Zuschauer. Und dann fangen wir an, dass eben die ersten Leute in der Taverne ankommen. Und dann werden sich die Leute einzeln immer schön vorstellen. Also, was ihr alle bekommen habt, ist, wackere Begleiter gesucht für wissenschaftliche Expeditionen. Verlangt werden Erfahrungen in der Wildnis, körperliche Robustheit, sowie die Fähigkeit zur Verteidigung sich und anderer gegen die Tücke der Natur. Dero-logische Kenntnisse und Wissen in Gesteinskunde von Vorteil, aber nicht Voraussetzung. Bezahlung erfolgt nach Fähigkeiten. Jedoch mindestens 5 Silber pro Tag. Findet euch Mitteraja in Arevo ein. Treffpunkt ist das Kellerlokal Blutlese. Gezeichnet Dottore F. Messini. Genau. Und ja, diesem Aufruf sind alle eurer Helden gefolgt. Und als allererstes ankommen tut D'Artain Lamea. Das tut er. Genau. Was machst du und am besten beschreibst du jetzt einfach mal, wer du bist, was du kannst. Und währenddessen bewege ich dich. Ja, D'Artain ist ein Mensch, ein Mann, ungefähr. Naja, man würde ihn in die zweite Hälfte seiner Zwanziger schätzen. Und er kann sich nur hüpfend fortbewegen, wie wir gerade sehen können. Er ist 1,75 groß, schlank, ins Haagere gehend. Er hat nach hinten gekämmte schwarze Haare, einen 3, 4 oder bis zu 7 Tage Bart. Und wirkt, als er dieses Lokal betritt, ein wenig missmutig, vielleicht ein klein wenig gehetzt. Er trägt einfache Kleidung und macht den Eindruck, ein herumreisender Handwerker zu sein. Zu dem Eindruck trägt bei eine Umhängetasche, die er mit sich führt, in der es hölzern und metallisch klappert, wenn er sich bewegt. Und da könnten Werkzeuge drinstecken. Und D'Artain kommt in dieser Schenke an, schaut sich um und sieht jemanden. Ja, du siehst mehrere Gäste, die sich in diesem Lokal aufhalten. Scheinbar ist sie noch relativ ruhig. Du siehst einen Barmann hinter der Theke. Jemanden, der halt im Tresen steht, dort was bestellt. Und ja, du weißt aber nicht, wer Dottora ist. Du vermutest wahrscheinlich, dass sie weiblich ist. Aber davon sind hier eben auch ein paar Leutchen. Bin ich zu früh, weiß ich das? Nee, weißt du nicht. Okay. Sie ist Mitte Raya. Das ist der Fall. Also der Tag ist schon der richtige, das weißt du. Du weißt halt nur die Uhrzeit nicht. Dann fragt D'Artain auf jeden Fall den Wirt hinter der Theke, ob er irgendwie was weiß zu dem Gesuch, ob ich hier richtig bin und wo ich mich dann, an wen ich mich wenden soll, sagen wir mal so. Ja, dann spiel bitte aus, wie du ihn fragst. Er guckt ihn halt an und ja. Hey da, Herr Wirt. Tröße. D'Artain nimmt diesen Zettel, den er sich irgendwo kopiert oder dem ihm irgendwo in die Hände gefallen ist. Und liest, etwas bemüht, den Namen ab. Ich bin hier auf der Suche nach einer Dottora... Die wissenschaftliche Forscherin? Was weiß ich? Ja, also eine Dottora ist auf jeden Fall hier. Sie nervt schon ein paar der Gäste, wo sie vor sich hinmurmelt. Sie ist hinten in der Ecke. Ah. Und er deutet dir an, ja, hier auf eine Person, die scheinbar da jetzt auf dem Tisch tanzt. So, ja, die da scheinbar an diesem Tisch ist und vor irgendwelchen Schriftstücken sitzt und mit Feder und Pergament wahrscheinlich. Die ganze Zeit was drauf rumkritzelt und vor sich hinmurmelt. D'Artain folgt dem Blick des Wirts, verstaut währenddessen, also er zerknittert mehr oder weniger den Zettel und stopft den sich wieder irgendwo in seine Umhängetasche. Und, ähm, bedankt sich kurz bei Wirt, seid bedankt und schliefert dann kurz entschlossen auf die ihm gewiesene Person zu. Gut, ja, du kommst bei ihr an, aber sie scheint dich nicht zu bemerken. Die ist komplett vertieft in ihren Unterlagen. D'Artain räuspert sich und klopft einmal mit dem Fingerknöchel auf den Tisch, so ganz kurz. Sie guckt hoch, erschreckt sich etwas. Ja? Den Zwölfen zum Gruße. D'Artain Lamea, mein Name. Seid ihr diese Dottor... Dottora, ja. Dottora Massini. Ihr habt nach Abenteurern oder nach Helfern schicken lassen. Sie begutachtet dich einmal von oben bis unten. Ah, ein wissenschaftlicher Kollege, nehme ich an. D'Artain schweigt lange. Und schließlich... Wenn man so will. Ich kenne mich aber eher in praktischen Künsten aus. Also ein Kämpfer. Sie guckt ein bisschen links und rechts an dir vorbei. Scheinbar sucht sie irgendwelche offensichtlichen Waffen, die du trägst. Entdeckt aber halt keine. D'Artain schweigt wieder genauso lange wie gerade eben schon und sagt dann, nun, ich bin Handwerker. Oh, das trifft sich sehr gut. Ein Handwerker. Ja, damit könnte man arbeiten. Ihr wisst ungefähr, worum es geht? Kein Stück. Kein Stück. Gut. Es geht um Forschungen. Ich habe ein Lager etwas außerhalb der Stadt. Dort werden wir, oder ich, wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, ein paar Untersuchungen, ein paar Forschungen anstellen. Die dortigen Steine sind sehr interessant und ich habe eine Theorie, die ich gerne nachgehen möchte. Und brauche Unterstützung jeglicher Art, die mich entweder vor der Natur beschütze, weil wer weiß, was in so Wäldern alles lauern könnte. Oder die mich in meiner Forschung unterstützen könnten. Die angegebene Bezahlung ist korrekt? Fünf Silber pro Tag. Es sei natürlich, ihr habt spezielle Fähigkeiten, die besonders von Vorteil sind. Dann könnte man natürlich noch einmal über den Preis verhandeln. Nun, das werden wir sehen. D'Artain nimmt sich einfach einen Stuhl und setzt sich dazu. Ungefragt. Okay, ja, das kommt jetzt ja auch nicht groß weiter. Und ja, okay, da steht ein schöner Krug und ein wenig Wein. Steht auf dem Tisch. Und ja, sie deutet ja auch mit der Hand an, dass du dich da bedienen kannst, wenn du das möchtest. Das wird auch sofort getan. Okay. Möchtest du sonst noch irgendetwas Spezielles machen? Ja, wirft mal einen Blick auf das, was sie da auf dem Tisch vor sich ausgebreitet hat. Ob das in irgendeiner Weise etwas ist, was ihm etwas sagt. Also es sind sehr viele Zettel mit Darnotizen, mal in dieser Sprache, dann in einer anderen Schrift, dann, also scheinbar kein Zusammenhang. Aber sie scheint da irgendwie wohl Logik drin zu finden. Aber für einen Laien und vielleicht auch für einen Kollegen von ihr wäre das kompletter Chaos, was da ist. Es sind also in erster Linie oder ausschließlich Schriftstück und keine Werkzeuge, Instrumente oder dergleichen. Alles Schrift, alles Schrift. Gut, dann wirft Dardan da nur einen kurzen Blick drauf und ist dann eher beim Wein als bei dem, was da an Papier rumliegt. Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten, denn es vergeht einige Zeit, bis der nächste, nämlich Khalid ibn Sanchid, ebenfalls das Lokal zur Blutlese gefunden hat. Und am besten stellst du dich auch vor, während ich wieder mich zum Lokal bewege. Okay, ich bin Khalid, Magier, 1,85 Meter groß, aufgewachsen in Phasar. Und dort habe ich mich halt in der hiesigen Magierakademie zur geistigen Kraft eingeschrieben. Okay, ja, auch du betrittst das Lokal und siehst eigentlich genau das Gleiche, was wir vorhin schon gesehen hatten. Es steht eben jemand hinter der Bar, es sind mehrere Gäste da und du siehst auch am Tisch gegenüber, dass da eben eine Dame auf ihren Blättern rumkritzelt und jemand anders, der etwas gelangweilt scheinbar, in der Gegend umherguckt und immer mal wieder an seinem Wein nimmt. Und auf dem Stuhl kippelt. Und auf dem Stuhl kippelt, gut. Was möchtest du machen? Dann würde ich mich ja schon mal auf ihn zubewegen. Okay, ja, du gehst langsam auf die zwei dazu. Und ja, sagst du irgendwas, oder wie gesagt, jetzt musst du ausspielen, was du machen möchtest. Ich suche eine Dottora Maiscini. Ja, Dottora schaut einmal auf und ja, das wäre dann ich und ihr seid? Ich bin Kajit Ibn Sanchit. Magier. Ein Magier. Sehr interessant. Die Gruppe sammelt sich ein wenig, aber okay. Ich nehme an, ihr seid auch wegen dem Ausschrieb hier. Okay. Das ist gut. Habt ihr irgendwelche speziellen Fähigkeiten? Nun, scheinbar nicht. Gut. Dottan grinst. Ja. Gut. Magier. Welche Art von Magie beherrscht ihr denn? Das war die Studie der geistigen Kraftfaser. Oh, ein Gilden. Ein Gildenmagier. Sehr gut. Ja, so ein Gildenmagier. Also, ich schaue mal zur Geistesbeeinflussung. Oh, der Geistesbeeinflussung. Das könnte von Vorteil sein. Seid ihr sehr belesen? Also, ich habe viele Forschungsunterlagen, die zusammengetragen werden müssten oder dass ihr mir vielleicht assistiert, wenn ich meine Forschung... Ihr könnt schreiben, nehme ich an. Ja, ja, klar. Stehbeschreiben ist vorhanden. Wunderbar. Auch in mehreren Sprachen oder beherrscht ihr nur Garetti? Tulamidisch? Ja, Tulamidisch und Garetti. Ja, gut, gut. Die gängigen Sprachen, das sollte ausreichend sein. Urteilamidisch hatte ich auch noch. Oh, das ist sehr gut. Ja, gut. Dann setzt euch bitte. Wir brauchen noch ein paar mehr Leute. Ich hoffe, es haben meinem Ruf sich noch mehr angeschlossen. Aber gut, dann hätten wir schon mal einen Handwerker. Sie notiert wieder irgendetwas. Einen Handwerker. Körperliche Arbeit. Sie schätzt noch einmal kurz Daten ab. Ja, doch, körperliche Arbeit. Gut, einen Magier. Forschung. Hilfe. Wunderbar. Gut. Ja, sie schaut wieder hoch und scheint auf die Tür zu gucken, ob da noch jemand kommt. Terra, möchtest du noch irgendetwas Spezielles machen oder setzt du dich sonst auch erstmal hin und wartest? Ich würde mich da auch an den Tisch setzen und ein Wein bestellen wollen. Du brauchst dann nicht auf den Tisch, da steht schon Wein. Obwohl ich jetzt auch mal ein Wein jetzt nippen und ja. Bevor du zum Weinkrug greifst und dir einschenkst, nimmt Dardan dir den Weinkrug nochmal demonstrativ weg und gießt sich seinen Wein nochmal auf, bevor er ihn dir wieder hinstellt, den Krug. Danke. Danke. Danke, der weiß zwar nicht wofür, aber er nimmt es regungslos entgegen. Gut, während da drin ein wenig freundliche Worte ausgetauscht werden und Wein geteilt wird, taucht die nächste Person auf. Das wäre nämlich Saladir, Sturmwind mit Begleitung. Ja, Saladir kommt aus der Nähe von Riva, aus einem kleinen Dorf und hat sich aufgemacht nach Arivor und ist circa 1,80 groß. An seiner Seite ein dunkler, über einen halben Schritt großer Hund, mehr oder weniger. Er ist ein halb elf und das Besondere an ihm ist, er trägt keine Schuhe. Und als er auf die Taverne zuläuft, verdreht er nur innerlich einmal kurz die Augen mit einem Seitenblick auf seinen Gefährten und hofft, dass dieser sich benimmt. Gut, was machst du denn mit deinem Gefährten? Nimmst du den mit rein oder bindest du ihn draußen irgendwo an? Den nehme ich mit rein, also er läuft praktisch bei Fuß. Okay, gut, dann muss ich dich jetzt einmal kurz... Der läuft bei Barfuß, ich muss dich korrigieren. Bei Barfuß, genau. Gewürr, ich habe es mir extra verkniffen. Das ist dem Hund relativ egal. Aber ich nicht. Es ist ja kein richtiger Hund, es ist ja ein Schirrenläufer. Ja, für die Zuschauer ist es so eine Art Husky, kann man es vergleichen. Okay, ja gut, du betrittst die Taverne und ein paar Blicke landen auch auf dir oder vielmehr auf deinem Gefährten, weil es doch recht unüblich ist, dass man mit Tier halt in eine Taverne geht. Ich würde mich kurz im Raum umsehen, wie viele Menschen denn da so sind und dann mich aber erstmal an den Wirt wenden. Also es ist leerer, als du andere Gaststätten gewohnt bist. Also scheinbar ist es hier nicht so gut besucht oder es könnte andere Gründe haben. Also es sind knapp vielleicht mit dir und deinem Gefährten vielleicht zehn Leute hier. Also es ist noch angehend. Der Raum ist schön groß, die Menge verteilt sich so ein bisschen im Raum. Ja, genau. Dann würde ich mich an den Wirt wenden und sagen, ich suche eine Doutora. Nun schon die zweite Person, die nach einer Doutora verlangt. Ja, scheinbar hat sie hier irgendeine Gruppe eingeladen. Ich sollte vielleicht bei ihr ein wenig mehr fordern. Ja gut, sie sitzt hinten am Tisch und ein paar Leute haben sich zu ihr gesellt, die dort. Und ja, er zeigt eben auf Doutora und auf die zwei Gestalten, die eben mit hier da am Tisch sitzen und Wein trinken. Ich würde dem Blick erstmal folgen, mir die Leute ansehen und dann tatsächlich erstmal auf die Professorin zu laufen und diese grüßen. Guten Tag, Doutora. Mir wurde zugetragen, sie suchen nach Hilfe. Ja, sie guckt sich an und ihre Augen werden etwas größer. Ah, ein Kämpfer. Sehr schön. Ja, genau. Sie budderte dich nochmal ein wenig. Ja, wir bräuchten ein wenig Unterstützung. Ich habe schon zwei Leute gefunden. Deutet eben auf Datan und auf, oh Gott, die Namen muss ich erstmal noch auf die Kelle kriegen. Aber gut, Kajit, genau. Auf Kajit und ja, nickt ihr zu. Und ja, ihr seid Bogen, ihr seid? Ich bin Großwildjäger. Großwildjäger, interessant, sehr gut. Das ist ausgezeichnet. Das kann man sehr gut gebrauchen. Denn ihr müsst wissen, eine Forschungsstätte befindet sich in den Wäldern. Und nun ja, ein Großwildjäger kennt sich in Wäldern sehr gut aus. Die Wälder sind praktisch meine Heimat. Wunderbar, wunderbar. Das ist ausgezeichnet. Sie kritzt wieder sofort auf ihr Papier. Jäger. Wunderbar. Sehr schön. Das hört sich sehr gut an. Habt ihr noch andere spezielle Fähigkeiten? Nun, im Wald macht mir niemand etwas vor. Das ist sehr gut. Das heißt, die Verpflegung ist schon mal gesichert. Wunderbar. Wir sollten vielleicht auch noch mal über den Preis verhandeln. Denn ihr werdet wahrscheinlich etwas mehr Arbeit haben als die anderen. Aber dafür natürlich auch eine bessere Bezahlung erwarten können. Wunderbar. Und sie guckt an dir kurz vorbei und schaut eben auf Rufus. Das ist euer tierischer Gefährte? Ja, das ist mein Gefährte. Er hilft mir bei der Jagd und ist auch sonst mein Freund. Wunderbar. Und er ist zahm, nehme ich an? Sofern man ihm nicht zu nahe kommt. Gut, dann werde ich etwas Abstand halten. Also setzt euch doch einfach und genießt den Wein. Oder wenn ihr etwas bestellen wollt zu essen, müsstet ihr das selber zahm, das trinken. Gebe ich gerne aus. Für mich kein Wein. Vielen Dank. Lieber etwas anderes. Na gut, dann bestellt euch einfach beim Wirt, was ihr haben wollt. Die Getränke, wie gesagt, gehen auf mich. Sollte es jetzt nicht was Extravagantes sein, natürlich. Ja, dann würde ich mich eher so in eine Ecke verziehen, wo ich sage mal, etwas weiter weg von dem Rest des Lokals, so dass man halt so nicht mitten im Getränke sitzt, so. Dass man die Menschen so im Blick haben kann und genau. Mein Hund würde sich neben mich setzen und würden wir erstmal abwarten. Die anderen Gäste nüßtern. Die anderen Gäste nüßt dann irgendwie noch Wasser oder sowas. Während des Gesprächs würde Dardan mal dem Hund so seine Hand hinhalten, gucken, ob der dann kommt, um dran zu schnuppern. Würde der das machen? Er würde zumindest mal gucken, ob du ihm etwas zu essen hinhältst. Das nicht, aber so, ob er sich dann auch mal über den Kopf streichen lässt. Anfassen wahrscheinlich erstmal nicht. Also der ist etwas misstrauisch gegenüber anderen noch, aber er würde nicht knurren oder beißen. An den Fingerknochen ist auch Fleisch dran. Nichtsdestotrotz ignorieren wir die noch nicht angekündigte Stimme aus dem Off. Und Dardan würde dann, oder nachdem der Hund dann zu dir trottet, also weg von der Position, wo Dardan sitzt, wirft dir Dardan einen doch recht aufgeschlossenen, interessierten, ja, man könnte es fast freundlich deinen Blick zu. Punkt. Ich würde das erstmal so registrieren, aber noch nicht viel sagen. Okay, ja, während diesem kleinen Kennenlernen da drinne, taucht die nächste Person auf, und zwar Nimru Kriya. Ja, Nimru. Nimru wird jetzt erstmal in die Taverne gehen, und sobald sie in die Tür reingegangen ist, ruft sie. Ich suche die Steineforscherin. Gut, du ziehst natürlich alle Blicke erstmal auf dich. Du siehst dann aber, dass hinten am anderen Ende des Raumes jemand scheinbar winkt. Eine Frau. Dann würde Nimru erstmal auf diese Frau zugehen. So, für euch. Eine gut trainierte Frau steht euch gegenüber. Sie wird wohl zwischen 1,70 und 1,80 groß sein. Euch fallen die sehr dunklen, ja, geradezu schwarzen Augen auf. Und irgendwie sieht sie auch blass aus. Vielleicht sogar etwas gräulich. Ihre blasse Haut ist verhüllt von einem Halstuch, das sie sich über die Nase gezogen hat, und einer Kapuze, die ihr Haupt bedeckt. Unter der Kapuze schauen ein paar struppige, braune Haare hervor. Außer dem schmalen Spalt zwischen Kapuze und Halstuch seht ihr kaum Haut. Ein wenig kann man den Hals erahnen. Ihre Hände stecken allerdings in Lederhandschuhen. Als eure Augen die Statur der Dame mustern, fällt euch auf, dass unter ihrem dünnen Mantel eine Lederrüstung ist, welche schon sehr eingetragen aussieht. An einem Gürtel hängt eine Kriegsachs, und auf dem Rücken dreht sie einen lederbezogenen Schild. Darunter scheint ein vollbepackter Rucksack zu hängen. Zwei Stoffrollen und ein wenig Stäbe aus Holz scheinen auch an den Rucksack gebunden worden zu sein. Ihre Kleidung lässt nicht auf einen hohen Stand schließen. Es scheint ziemlich durchschnittliche Kleidung, größtenteils in braunen und grau-schwärzlichen Tönen zu sein. Ihre Körperhaltung ist locker. Sie scheint nicht stramm stehen zu wollen oder sonst sich irgendwie anzuspannen. Allgemein wirkt sie ein wenig abwesend, schaut sich ab und zu neugierig um, scheint aber von sich aus kein Gespräch anfangen zu wollen. Trotz ihres Körperbaus, der verrät, dass sie Kraft zu haben scheint, sieht sie gerade eher gelassen aus. Ja, wie gesagt, du trittst auf Dottora zu und siehst an dem Tisch auch schon drei andere Personen und einen Hund. Und ja, wie gesagt, Dottora hat sich ja eben zu dir gewendet. Und ah, sehr schön, ein weiterer Kämpfer nehme ich an. Sie gut achtet halt dein Schild, eine Axt. Ja, Nimru ist hier, um euch zu beschützen. Wunderbar, sehr gut. Wunderbar, dann haben wir einen Jäger, einen Handwerker, einen Magier und eine Kriegerin. Sehr gut. Dann ist schon mal das reibliche Ohr geschützt. Sie kritzelt wieder was auf ihrem Papier. Gut, das hätte ich noch einmal. Habt ihr noch andere spezielle Fähigkeiten, von denen ich wissen sollte, die ihr einsetzen könnt? Ich bin sehr stark und ich hab mein eigenes Zelt dabei. Gut. Stark. Handwerker vielleicht. Gut, dachte ich noch mal ein bisschen. Ja. Krieger. Und macht einen Strich unten drunter. Die Feder kratzt einmal über das Papier. Gut, ja. Möchtest du dich auch da zusetzen oder willst du stehen bleiben? Was möchtest du machen? Nimro schaut einmal auf den Tisch, sieht, dass da nur Wein steht. Der zieht so ein bisschen, also man kann unter dem Tuch erahnen, dass sie die Nase so leicht trümpft. Geht dann zum Wirt und bestellt sich ein leichtes Bier. Gut. Ja, während du das Ganze machst, du das Bier bestellst, sie dann wieder zum Tisch zurückgehst, nehm ich an, setzt du dich dann auch? Ja, sobald sie das hat, wird sie sich setzen und erst mal sich mit ihrem Bier beschäftigen, ein bisschen sich umschauen, die anderen Leute anschauen. Gut. Ja, die trinken halt ganz normal noch ihren Wein oder ihr Wasser und ja, scheinen sich auch nicht groß unterhalten zu wollen. Sie scheinen auch erst mal die Umgebung etwas zu begutachten. Sie scheinen auch alle Fremd eher hier zu sein. Gut. Währenddessen tritt der letzte unserer Gruppe in Aktion, nämlich Rezan Ibn Shila. Ja. An seiner Hautfarbe und den fast schulterlangen schwarzen Haaren ist er schnell als Tullamide zu erkennen, wobei die grauen Augen einen leicht mittelländischen Einfluss erahnen lassen und die feinen Gesichtszüge erinnern fast schon ein wenig an einen Halbelfen. Er scheint frisch rasiert zu sein. Auf den ersten Blick hat er eine etwas kleinere und eher schmächtigere Statur. Er wird also vermutlich trotzdem nicht, oder nicht trotzdem, also trotz seiner dunklen Hautfarbe sieht man quasi, dass er vermutlich nicht viel draußen und körperlich arbeitet. Insgesamt sind seine Bewegungen recht gemächlich, so als hätte er grundsätzlich alle Zeit der Welt, was offenbar nicht nur an dem schweren Rucksack, der Umhängetasche und dem Koffer liegt, die er allesamt irgendwie trotz seines Körperbaus mit sich herumschleppt. Und auch wenn er einen Säbel an der Hüfte trägt, ist es etwas schwer zu glauben, dass er damit tatsächlich umgehen kann. Von der Kleidung her trägt er ein dunkelrotes Hemd und eine dunkelgrüne Hose. Er wickelt gerade etwas über seiner Hand auf, sozusagen, was all diejenigen, die mit der thulamidischen Kultur nicht unbedingt vertraut sind, vielleicht als Schal identifizieren würden, was bei diesen Temperaturen denkbar merkwürdig wäre. Alle, die es kennen, können sich vielleicht denken, dass das ein Torbahn ist. Dabei sieht man auch immer mal wieder einen Silberring an seiner Hand aufblitzen, ebenso wie auch einen Silberohrring, den er nun mal ebenfalls trägt. Ebenso wie auch einen ebenfalls aus Silber gefertigten Stirnreif mit einem kleinen Bergkristall eingesetzt. Ja, also ein doch eher edel angezogener. Mhm. Gut. Ja, du betrittst ebenfalls die Taverne und du siehst schon am anderen Ende, dort sammeln sich Leute, die scheinbar nicht zum selben Stand oder sonst was gehören. Sie unterhalten sich auch nicht wie andere Gäste. Man kann davon ausgehen, dass dort eben jetzt die Gruppe, die du wahrscheinlich suchst, also Tora, irgendwo mit dabei sein sollte. Weil diese Gruppe ist doch schon recht auffällig. Ich gehe trotzdem einmal kurz an die Theke zum Wirt, wenn der nicht gerade offensichtlich für beschäftigt ist. Nö, der putzt da seine Gläser, guckt sich im Schankraum um und guckt, ob irgendwer noch was möchte. Okay. Dann würde ich einmal quasi mit dem Kopf in die Richtung von dem Tisch nicken und sagen, Herr Wirt, kann ich davon ausgehen, dass dort eine gewisse Dutora Maicini sitzt? Ja. Und vielleicht sollte ich ein Schild aufstellen und einen Pfeil, der direkt auf den Tisch zeigt. Ihr seid jetzt schon der, ich weiß nicht, wie viele. Ja, sie sitzt hinten am Tisch. Diese Geschäftspraktik überlasse ich euch. Was mich allerdings brennend interessieren würde, ist, ob ihr Goldfelsener Morgenrot führt. Ich habe schon viel Gutes über diese Weinsorte gehört. Ein Weinkenner? Gold, Moment, ist der Erste, der danach fragt. Die meisten begnügen sich mit dem guten Wein, den ich hier habe. Ich werde einmal im Keller nachschauen. Ich, in Ordnung. Dann sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr ihn habt. Ich habe gehört, dass er so um die drei bis vier heller kosten sollte. Gut, wie gesagt, ich werde einmal in den Keller gucken und ihr wollt dann einen Glas? Einen Becher bitte. Einen Becher, gut. Wunderbar. ja, wie gesagt, ich werde nachschauen und bringe ihn an euren Tisch. Ich nehme an, ihr setzt euch zu. Davon gehe ich auch aus. Vielen Dank für eure Mühen. Ja, gut. Ja, er wendet sich ab und scheint auch tatsächlich aus... Ups, der falsche Charakter. Noch hatte ich nicht genügend, weil er sich auf der Theke tanzt. Tanzt noch nicht auf der Theke. Gut, ich kann jetzt den Wirt nicht auswählen, aber der haut jetzt nach hinten ab und scheint, ja, du hörst zwei schwere Türen klacken und, ja, Schritte, die sich entfernen. Während du auf den Tisch zugehst. Ja, genau. Und dann also, einmal kurz ein... Ich gucke erst mal einmal die offensichtliche Kriegerin an, dann die offensichtliche Gelehrte und würde dann an Letztere mich wenden. Doutora Maissini nehme ich an, die Dame. Ja, genau. Und ihr seid? Mein Name ist Razzan Ibn Shila. Ich bin hierher gekommen, weil ich gehört habe, dass ihr Leute für eine Exkursion rekrutiert. Ja, für einen Forschungsauftrag, wenn man so möchte. Ihr seid ebenfalls Forscher? Forscher? Vielleicht beantwortet dies bereits eure Frage und ich deute einmal auf die Kupferspange in Salamanderform, die ich vorne an meiner Brust trage. Ah, interessant. Das sieht man nicht oft hier in der Gegend. Ich muss zugeben, so gut kenne ich mich auch nicht aus, aber dieses Symbol... Also ich bin ausgebildeter Alchemist des Bündnisses zum Roten Salamander. Wunderbar. Das heißt, ihr seid auch sehr belesen. Spricht ihr mehrere Sprachen und könnt ihr auch mehrere Sprachen schreiben? Ich kann sowohl sprechen wie auch schreiben. Ich wechsle an diesem Punkt dann in die thulamidische Sprache. Thulamidia und Gariti. Okay, also auch nur diese zwei. Schade. Gut. Sprechen kann ich auch das Bosporano, wie es von jedem Alchemisten erwartet wird. Jedoch habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die altimperialen Zeichen zu lernen. Das solltet ihr vielleicht einmal nachholen. Das ist doch immer schön, auf möglichst vielen Wegen kommunizieren zu können. Aber gut. Ja, wunderbar. Also habt ihr noch andere Fähigkeiten, die ihr unter Beweis stellen könnt auf einer Forschungsexkursion? Nun, ich bin ausgebildet in der Heilkunst, sowohl was alle Arten des körperlichen Leidens angeht. Sowohl Wunden wie auch Krankheiten und Vergiftungen, was ja auch in der Wildnis durchaus vorkommen kann. Ja, ja, definitiv. Ich bin, sollten noch, sollten noch Anschaffungen anstehen, auch da ich nun mal viele Jahre in Fasar gelebt habe, überaus gut darin, wie ich meinen möchte, zu verhandeln. Auch für unser leibliches Wohl kann ich sorgen und klopfe mit der flachen Hand quasi einmal gegen den Kupferkessel, der an meinem Wanderrucksack hängt. Ein Koch, sehr gut. Und ich bin überausgebildet im Bereich der Pflanzenkunde, was ebenfalls bedeutet, dass ich sowohl von Heilpflanzen bis hin zu essbarem pflanzlichen und diverses in der Natur besorgen könnte, wenn es denn für euch vonnöten wäre. Ja, sehr gut, sehr gut. Kennt ihr euch auch in der Gesteinskunde aus? Seht das auch noch zu eurem Wissensgebiet? Oder habt ihr euch nur auf Kräuter und, also auf die Flora spezialisiert? Die Feinheiten der mineralischen Ingredienzien werden in Fasar nur sehr beiläufig gelehrt. Also ich bin wesentlich fester im Wissen, was Pflanzen angeht und auch mit Tieren kenne ich mich im angemessenen Maße aus. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, lasst mich überlegen. Gut, ihr könnt auf jeden Fall, also ihr kitzelt wieder auf ihr Zettelchen, Koch, Gehilfe, Pflanzen sammeln. Und, ja, okay, gut, ja, und scheint das dann auch wieder irgendwie einzukreisen und guckt sie dann noch einmal um und, ja, nickt jetzt nochmal jedem so an. Und, okay, wir haben einen Krieger, zeigt auch die Kriegerin, einen Koch, einen Magier, einen Jäger und einen Handwerker. Gut, ich glaube, ja doch, ich glaube, eine Expedition sollte jetzt möglich sein. Ja, wir haben jemanden für die Verteidigung. Doch, 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 ja. Also ihr merkt immer wieder, sie wechselt immer wieder zwischen, sie spricht euch an und sie spricht nur mit sich. Also das Wechsel geht immer die ganze Zeit fliegend. Retzan würde davon ausgehen, dass er zumindest nicht gleich abgewiesen wird, würde seine drei Gepäckstücke abstellen und sich setzen. Ja. Zaladir würde, nachdem er aufmerksam die letzten ankommenden Gäste beobachtet hat, die Totora ansprechen, ihr sucht nach Sprachen? Ja, also natürlich, wenn, je mehr Sprachen, desto, ja, mehr kann man forschen. Warum? Ich spreche Nujuka und ein wenig Istira. Ui, das ist, also Istira ist, ja, ist doch recht verbreitet, aber Nujuka ist interessant. Es ist meine Muttersprache. Hm, ihr kommt von sehr weit weg wohl scheinbar. Gut, gut, ich weiß nicht, ob das bei dieser Forschung hilft, aber ich habe noch ein paar alte Schriftstücke bei mir zu Hause. Was sollte ich noch mal kurz sagen? Naja, egal. Ähm, ja, wir waren dabei, ähm, ja, die Gruppe sollte soweit vollständig sein. Ich glaube, für einen Ausdruck in die Wildnis sollten wir jetzt gewappnet sein. Ähm, ja, wenn man... Doch, 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 das sollte gehen. Ja, ja, doch. Hm, gut. Äh, schade, dass sich kein Steinsammler mehr gefunden hat. Ähm, wenn es den Herrschaften nicht ausmacht, würde ich noch gerne so eine halbe Stunde ungefähr warten. Vielleicht kommt ja noch jemand. Ähm, aber wir können ansonsten auch schon einmal in die Verhandlungen gehen. Es sei denn, sie sind natürlich alle mit dem vereinbarten Preis einverstanden. Dann könnten wir das hier abkürzen. Hm, Retsan würde an dieser Stelle sagen, nun, ähm, ein Alchemist ist in der Regel etwas teurer im personellen Einkauf, als er wirft einen Blick auf, äh, Datan, dessen Namen er ja nicht kennt, aber der so seinem, seinem Anschein nach halt eher ein, in Anführungszeichen, normaler Bürger, äh, schrägstrich fast schon Tagelöhner sein sollte, ähm, als, ähm, die gewöhnliche Aushilfskraft. Ja, also du siehst, dass er einen Stoffbordel hat, wo sich abzeichnet, dass da irgendwelche Hämmer wohl drin sind und Sägen und so weiter, also, dass da scheinen Werkzeug drin zu sein. Sie hätte auch gesagt, das ist ein Handwerker, also, scheinbar irgendein Handwerker, aber okay. Ja, Retsan bleibt bei seiner Aussage. Ja gut, das ist an und für sich richtig, nur... Alleine ein Heiler würde euch normalerweise mehr kosten als 5 Silber am Tag. Ja, das ist richtig. Ich meine, gut, sollten wir verletzt werden, ähm... Verletzt oder krank? Was, was würdet ihr denn vorschlagen, was, äh, eure Dienste wert sind? Hm... Darf ich da eine Probe auf Handeln machen, um einen Wert herauszufinden, bei dem ich mir denke, dass er leicht über dem ist, was ich eigentlich verlangen könnte? Entweder das oder du sagst einfach irgendwas. Ja, gut, dann sage ich einfach mal, ähm... Also, eine... Ich würde sagen, 8 Silber ist das, was ich normalerweise für meine Dienste, für eine längere Zeit oder über eine längere Zeit pro Tag nehmen würde. Ähm, 8 Silber, 8 Silber, ähm... Gut, 8 Silber kann ich euch zahlen, das ist kein Problem. In diesem Augenblick fällt Dartan dazwischen oder fährt dazwischen und sagt, äh, wollt ihr wirklich so viel Silber ausgeben, wo ihr doch noch gar nicht wisst, welcher Qualität die Dienstleistung ist? Lobt doch lieber einen Bonus aus, wenn die Dinge gut gelaufen sind. Mein guter Herr, ihr scheint nicht zu wissen, welchen, welcher Ruf und welches Prestige mit dem Bund des Roten Salamanders verbunden ist. So wie viele hier auch. Niemand trägt diese Spange, ohne ein umfangreich gebildeter Vertreter seines Faches zu sein. Ihr seid also ein Spangenträger, ich verstehe. Niemand wird Heilung brauchen, wenn Nimru aufpasst. Das vielleicht nicht, aber vielleicht läuft uns eine Giftspinne über den Weg, die euch in den Stiefel krabbelt. Das sollte ich zu verhindern wissen. Da haben wir's. Ich bin für den Bonus. Für den Bonus, wenn sich wirklich gezeigt hat, wer wie viel zum Gelingen dieser Expedition beiträgt. Nimru ist auch für Bonus. Ich schließe mich den Bonus an. Saladir würde kurz darüber nachdenken, dann aber zustimmen nicken. Nimru trinkt erstmal einen großen Schluck aus ihrem Kug, lässt ihn auf den Tisch kreien und guckt nochmal Saladir an. Was ist diese Spange eigentlich? Du meinst, ihr guckt Retsan an? Ja, Retsan an. Diese Spange ist das Zeichen meiner Gilde, der Alchemistengilde des Bund des Roten Salamander. Über den ganzen Kontinent verteilt die größte Alchemistengilde, die es überhaupt gibt. Salamander? Und ich dachte, ihr kennt euch mit Giftspinnen aus. Ich kenne mich mit allerlei Giften aus, mein Guter. Du misch Tränke und hast viele Freunde. Das ist gut. Unter anderem, ja. Doch, Dottore hört euch da aufmerksam zu und notiert auch immer mal wieder was. Aber sie scheint euch nicht unterbrechen zu wollen. Nun, ich bin durchaus dafür, dass bei besonders herausragenden Leistungen ein Bonus gezahlt wird, so wie ihr es gesagt habt. Jedoch muss ich doch aufgrund meiner Erfahrung in derlei Dingen darauf verweisen, dass dies schlicht und ergreifend bedeuten würde, dass auch hochqualifiziertes Personal nicht unbedingt auf ihre Kosten käme, wenn alles reibungslos verläuft, was ja nun mal schließlich das ist, was wir uns alle wünschen. Daher halte ich eine Erhöhung des Tageslohns doch durchaus für angemessen. Gegen eine Bonuszahlung, wie gesagt, spricht ja in Ergänzung dazu nichts. Ja, also, ein ganzes Unrecht habt ihr nicht, wenn ich einen Kollegen von mir anheuern würde. Natürlich, gut, fünf Silber sind jetzt auch nicht schlecht, aber, ja, ich habe ja reingeschrieben, bei entsprechenden Fähigkeiten kann man natürlich auch mehr zahlen und gut, ihr seid ein, immerhin ein Absolvent der Schule der Salamander. Eine Bonuszahlung, ist schwierig, also ich kann schlecht für jede Heilung euch nochmal zahlen, das versteht ihr nicht. Nein, das selbstverständlich nicht. Also, wenn ich meine Dienste ganz normal, für die ihr mich bezahlt, auch umsetze, dann meine ich, das meine ich damit ja nicht mit Bonuszahlung, sondern wenn nun mal etwas besonders herausragendes geleistet werden würde. Ja, sollten wir bei der Forschung oder Ausgrabung oder Ähnlichem, sollten wir auf einen phänomenalen Fund stoßen und ihr entdeckt den natürlich zuerst, dann versteht sich sowas von selbst. Aber gut, wie gesagt, acht Silber kann ich zahlen, das sollte machbar sein. Ja, darauf können wir uns sehr gerne einigen, meine Damen. Sehr gut, sehr gut. Um welche Art der Unternehmung handelt es sich denn eigentlich? Was erwartet uns? Nun, wir werden zu meinem Steinlager reisen, das ist knapp 15 Meilen von hier entfernt. Dort werden wir zuerst hinreisen und ja, dort habe ich ein paar Forschungen anzustellen und sollte natürlich irgendwelches Ungetier aus dem Wald kommen, bräuchten wir einen Kämpfer, einen Krieger, zeigt auf Nimmruh, oder eben auch einen Jäger, zeigt eben dann auf dich, der uns verteidigen kann und natürlich auch sich selber. Andere Leute bräuchte ich halt, die mir bei meiner Forschung helfen, die, wenn ich irgendetwas nachforsche, die Notizen aufschreiben, so etwas, also Gelehrte oder generell einfach jemand, der sich ein wenig auskennt, der sich um das Wohl sorgen kann, für so etwas. Beantwortet das eure Frage, oder? Ja, Sie sagten, Sie rechnen mit mehr Arbeit für mich als Jäger. Ich wäre, Ja, die Nahrungsbeschaffung. Sie als Jäger sind natürlich dafür prädestiniert, uns etwas zu erjagen. Ja, ich würde gerne auf sechs Silber erhöhen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, natürlich, wenn Sie dafür für uns jagen, ja, das lässt sich definitiv ein. Zusätzlich erhalten Sie ja nicht nur meine Arbeitskraft, sondern auch die meines Gefährten. Ja, aber der will natürlich nicht diese sechs Silber pro Tag, das ist nur für Sie. Ja, natürlich. Gut, gut, dann können wir uns darauf einigen, ja. Ja, das lässt sich machen. Gut, sie zückt die Feder, schreibt erst acht Silber auf, sechs Silber, ja, guckt jetzt nochmal Dathan an. Während dieses Austausches nickt Dathan fast schon, ja, wohlwollend, oder man kann schon fast sagen, stolz. So, aus dem Augenwinkel siehst du auch, wie der Barmann wiederkommt und dir einen Becher mit einer roten Flüssigkeit bringt. Ah, dann ziehe ich drei Heller aus meinem Geldbeutel und reiche sie ihm. Er winkt ab und verlässt auch wieder den Tisch. Dathan beginnt sich zu fragen, ob die Leute in Arivor nicht verstehen, was das Wort bezahlt werden bedeutet. Dottoro bemerkt das und guckt kurz auf. Die Getränke gehen alle auf mich. Oh, er nimmt den Krug, prostet dir zu und sagt, dann herzlichsten Dank. Ich warte schon seit drei Städten darauf, diesen Wein endlich zu probieren. Ja, dann seid ihr in Arivor hier genau richtig, aber lasst mich kurz mit den anderen Herrschaften und Damen noch das geschäftliche klären und dann können wir uns über sowas gerne unterhalten. Gut, ja, sie guckt wieder auf Dathan und so. Ihr seid auch unzufrieden mit fünf Silbern am Tag? Ich lasse Leistung sprechen, aber wenn ihr auf sechs Silber erhöhen wollt, bin ich dabei. Dafür übernehmt ihr dann die körperlich etwas schwerere Arbeit? Wenn ihr sich nicht vermeiden lässt? Nun, wenn ihr ein Silber mehr wollt, dann sind wir im Geschäft. Gut, wunderbar. Gut, und sie notiert auch wieder was. Dann guckt sie zu Nimru. Und ihr seid mit fünf zufrieden? Wenn Nimru euch gut beschützt und wenn wir angegriffen werden, dann kann Nimru sich noch eine Scheibe aussuchen? Eine Scheibe? Äh, ja. Eine Silberscheibe. Ja. Sie notiert wieder kurz was. Will jemand von euch sehen, was sie notiert? Ich würde mal einen Blick drauf werfen auf die Papiere. Dann sinneschärfe Sicht, bitte. Das würfel ich dann auch. Sie schreibt übrigens ein kustlicher Zeichen. Also das kann ja jeder von euch auch lesen. Das ist also keine andere Sprache. Gut, Kajit, du bemerkst es leider nicht. Ratzan, du siehst das. Ja, hinter dem Namen von Nimru hat sie fünf Silber hingeschrieben und dann dumm, Fragezeichen. Und dann darunter noch langsam. Dann würde Ratzan einmal fragen, die Bonuszahlungen notiert ihr euch gesondert? Ja, das ist dann, das werde ich einfach aus meiner Tasche dann zu diesem Zeitpunkt einfach bezahlen. Verstehe. Das ist intelligent, das getrennt zu Buchhalten. Ja, dann mit dem hier und das Schriftstück rechne ich halt, kann ich schon rechnen und ja, die Bonuszahlungen werden nur dann zu Tage kommen, wenn der Fall eben eintritt. Aber gut, gut, dann der Herr Magier. Gut, Sie wollen wahrscheinlich dann auch etwas mehr nehme ich an. Wenn ihr sechs Silber zahlen wollt, würde ich das annehmen. Sechs Silber, gut, gut, ihr seid Magier. Könnt uns bei Papierkram auch noch helfen. Ja, darauf baue ich. Ich bräuchte wirklich einen Assistenten. Wunderbar, dann gut, Sie konnten nur zwei Sprachen sagten sie, na, richtig? Mutual Mitya noch. Mutual Mitya, Mitya und Garetti. Drei, so, gut, gut. Und auch schreiben. Alle drei? Alle drei. Ausgezeichnet, dann wäre ich sogar gewillt, euch sieben Silber zu zahlen, wenn ihr alles, allen Schreibkramen für mich während dieser Expedition dann erledigt, dann kann ich mich voll auf ja, das Forschen konzentrieren und werde euch dann, ja, zurufen, was ihr notieren sollt. Und dann machen wir das so. Ich hoffe, ihr habt eine saubere Schrift, dass ich das im Nachhinein auch lesen kann. Ja, doch, das hat ja gegeben sein. Gut, gut, okay, gut, dann trage ich ihr sieben Silber Assistent. Wunderbar. Sehr schön, dann sind wir uns ja alle einig. Gut, ist von ihrer Seite dann noch irgendwelche, sind noch irgendwelche Fragen offen? Ja. Ja. Sie sorgen Bier und Essen? Nun, Essen haben wir etwas dabei und wir haben ja jetzt einen Jäger, der uns frische, frisches Fleisch bringen kann und auch jemanden, der nach, der kochen kann und zeigt dabei eben auf Rezan. Mit Freunden. Ja, was das Bier angeht, ich habe jetzt, ich kann noch ein Fass aus der Taverne hier mitnehmen, wenn ihr das tragt, wenn das in Ordnung ist. Im Ruhn nicht zufrieden. Gut, dann ist die Verpflegung geklärt. Gut, sie guckt die anderen vier an. Habt ihr noch, haben sie noch irgendwelche Fragen? Ja. Ja. Stoßen wir vor Ort auf den Rest der Expedition oder ziehen wir gemeinsam hier aus Arrivo los? Wir sind die Expedition. So, verstehe. Er wirkt etwas überrascht. Was habt ihr erwartet? Mit mehr Leuten oder? Es klang, also, das war nur der Eindruck, den ich hatte, so anhand dessen, was ich bislang halt so von Exkursionen kenne, dass ihr vermutlich einen gewissen Stock an Personal bereits hättet und halt nur sehen wolltet, wen ihr so ergänzend dazu noch kurzfristig anwerben könntet. Aber ich denke, wir scheinen hier alle kompetent genug zu sein. das definitiv. Und ich sage mal, im Normalfall hätte ich meine Leute, mit denen ich das machen könnte, nur ist gerade hier in Arrivo ein großes Fest am Gange, Morgen ist auch eine große Aufführung. Und ich sage mal so, es haben sich nicht viele Freiwillige gefunden und auf den Ausschirm haben auch nicht so viele reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte, denn viele wollen sich lieber das Fest ansehen, anstatt in die Wälder zu gehen. Das klingt schlüssig. So wie ich gehört habe, sind die Karten für diese Uraufführung ja wirklich fast schon brutal begehrt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sollten sie so eine haben, verstecken sie sie gut. Die habe ich nicht und auch wenn ich es etwas schade finde, so bin ich doch fast schon froh darüber, wenn man so hört, was für die schon alles getan wurde. Nun, es gibt noch Möglichkeiten, sie glaube ich, zu gewinnen. Ihr seid mit dem Säbel, den du offen trägst, gut im Umgang? Er ist eigentlich nur zur Selbstverteidigung. Nun gut, ja, wie gesagt findet ein Ritterturnier statt und dort gibt es verschiedene Disziplinen und bei der ein oder anderen könnte man vielleicht so ein Ticket bekommen. Nun, aber das wäre kontraproduktiv, da wir wie ihr bereits gesagt habt, heute schon losziehen wollen. Genau, warum erzähle ich euch das überhaupt? Ja, richtig, genau, wir ziehen heute von hier los, sollten in ein paar Stunden dann auch am Ausgrabungsort sein und werden dann da uns umsehen, die Forschung machen und es sollte nicht groß etwas passieren. Wir sind ja gut beschützt. Ich müsste vorher noch einmal kurz ins Handelshaus hier Namen einfügen gehen, aber das sollte alles in allem nur einen halben Glockenschlag dauern. Gut, gut, ihr wisst, wo das Osttor ist? OC? Ja, ihr wisst alle, wo das Osttor ist. Gut, wir werden uns in, wenn wir uns hier auflösen, eine halbe Stunde später dort treffen. Ist das für alle Anwesenden akzeptabel? Akzeptiert. Wunderbar, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, stärken wir uns hier noch einmal alle. Das Essen müssten sie leider selber bezahlen, aber das Trinken geht wie gesagt auf mich. Lasst uns einmal hier ordentlich uns stärken und dann werde ich meine restlichen Unterlagen noch aus meinem Büro holen. Sie gehen zum Handelszentrum und ihr anderen macht das, wonach euch der Sinn steht und wie gesagt, eine halbe Stunde später treffen wir uns alle am Osttor. Also der Stärkung bin ich nicht abgeneigt. Gut, gut. Sie winkt dem Wirt zu und gibt eben eine Bestellung auf, hat ein Brot mit einer Suppe und so weiter. Ihr bestellt wahrscheinlich ähnliches, ihr braucht euch jetzt auch kein Geld abziehen, das ist jetzt einfach mal so crunch, sag ich mal. Ihr sitzt da noch ein bisschen, esst und trinkt. Wollt ihr in dieser Zeit noch irgendetwas besonderes machen? Martin würde sich beim Rausgehen noch ein paar Proviant-Rationen beim Wirt zusammenstellen lassen, beziehungsweise das vorher ankündigen, dass sie schon fertig sind, wenn er die Taverne zu verlassen gedeckt. Gut, der Tor hat schon gesagt, dass sie etwas Proviant dabei hat und dass ihr Hege habt. Er will extra für sich nochmal nichts wildes. Wie viele? Fünf Tagesrationen. Okay, das wiegt eine ganze Menge, das weißt du hoffentlich. Dann machen wir drei. Gut, drei wiegen viereinhalb Kilo und kosten dich 1,5 Silber war das glaube ich. Gehen wir hin. Kann nochmal schnell nachschauen, aber ja. Okay, dann schreib dir das in dein Inventar auf, während ich gucke, was es kostet. Was machen die anderen? Ich würde in einem Gespräch, also ich würde so vereinzelnd über das Essen und Trinken hinweg ein wenig mit Nimru reden, weil ich auch quasi herausfinden möchte, wie viel Geisteskind in ihr steckt. So über ich sag mal unverfängliche Dinge, über die man eher etwas redet, wo sie denn her ist, wie sie ausgebildet wurde, oder sollen wir das ausspielen? das entscheidet ihr zwei. Also grundsätzlich wirst du von Nimru nur recht kurze Antworten bekommen, sie wird sich mit dem Essen und dem Bier beschäftigen. Du bekommst raus, dass sie wohl schon länger nicht mehr zu Hause war und über das Thema nicht wirklich reden möchte. Und ob sie ausgebildete Kriegerin wirklich ist, von einer Kriegerakademie? Hier schaut dich an, Akademie. Wo ihr kämpfen gelernt habt, oder von wem? Selber beigebracht, ich hab mir das alles selber beigebracht. Ich hab viel Erfolg gehabt. Das ganz gewiss. Gut, also ja, du merkst, ja, viel rauskriegen tust du nicht von ihr. Aber ja. Ja, und für wir 1,5 Super war wichtig. Gut, möchte Saladin noch irgendwas machen? Nee, er würde sich erstmal damit begnügen, die anderen zu beobachten und einfach so bisschen was über sie dadurch in Erfahrung zu bringen. Er würde mehr oder weniger schweigend sein Essen einnehmen, ab und zu den Hund kraulen und halt so bisschen sich am Smalltalk beteiligen. Eine Sache nur, als schaut dich dein Hund wie du es schon gewohnt bist mit sehr großen Augen an. Er wird natürlich etwas abbekommen. Gut, ihr seht, wie sie ab und zu mal ein Stückchen aus der Suppe rausfischt und nach unten weg gibt. Auch da bietet dem Hund was an, wenn er sieht, sein Herrchen das so macht. Von dir nimmt er scheinbar nichts an. Ich würde es auch machen. Auch von dir nimmt er nichts an. Gerade mein Gesprächspartner Resan, aber auch die anderen werden bemerken, dass der Hund das Tuch nicht wirklich abnimmt, sondern nur hochzieht, dann quasi direkt schon etwas im Mund oder am Mund hat, den Löffel oder so und dann das Tuch auch wieder fallen lässt, sodass es wieder über ihrem Kinn hängt. Sie nimmt das irgendwie nicht ab. Gut. Möchte Kajid noch irgendetwas machen? Ich muss da erstmal die anderen Anwesenden nennen. Du merkst, der Jäger füttert ständig seinen Hund, die Kriegerin will verhüllt bleiben und die anderen beiden werfen sich wahrscheinlich immer Blitze mit ihren Augen zu. Scheinbar mögen diese zwei sich noch nicht so gerne. Retzan ist eher auf Nimru und vielleicht noch auf unsere Auftraggeberin fokussiert. Okay, dann siehst du das. Gut, möchtest du sonst noch was machen oder isst du dann einfach nur und schaust dich um? Ich würde Retzan fragen, wo er aufgewachsen ist, also als Tullamide dabei Tullamiden. Das kennt ihr vermutlich gar nicht. Das Dorf ist so klein. Was euch etwas sagen könnte, ist die Ansiedlung Gott, jetzt muss ich das aussprechen, Itziknedim, ein Stück weit nördlich davon, an einer kleinen Straße, die durch den Wald dort führt. Jetzt hast du mich, das sagt mir jetzt natürlich nichts. Es ist ganz grob gesagt nördöstlich von Fasar, also es liegt tatsächlich nicht in den Tullamidenlanden, sondern in Aranien. Ah, okay, danke. Und ihr selbst? Ich bin in Fasar geboren und aufgewachsen und dort hat auch dann eine Akademie aufgenommen worden. Okay, an welcher Akademie genau? Begeistigen Kraft von Fasar. Ah, denn ich hatte gehört, dass es noch eine zweite gab in Fasar, aber davon scheint nicht viel geredet zu werden. Wisst ihr davon etwas? Bisher war ich nur von der einen. Okay. Gut, ja, wie gesagt, ihr unterhaltet euch noch ein bisschen und ja, trauscht ein paar Geschichten aus, aber allem allem kriecht ihr noch nicht sonderlich viel von den anderen immer raus. Kennt euch und nach einer Zeit löst ihr euch dann auf und wie gesagt, Treffpunkt ist dann wieder eine halbe Stunde später am Osttor. Aber ich würde sagen, das ist für die erste Folge ein schöner Einstieg gewesen und ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht beim nächsten Mal Ja, wir übernehmen natürlich die Tradition hier Episoden Namen vorzuschlagen Keller Lokal Blutlese ist so der Standardname den man vergeben könnte. Hat jemand bessere Ideen? Der Auftakt. Der Auftakt. Wir fangen an. Beginnung der Stein ins Rollen bringt. Stein ins Rollen ist auch schön, ja. Beginnung der Blutlese. Bedeutungslose Begegnung. Bedeutungslose Begegnung. Okay. Beginn in der Blutlese. Ja, Patrick? Beginn in der Blutlese. das ist besser. Beginn in der Blutlese, aha. Blutspende. Und Rufus sagt Wuff oder was? Was schlägt hervor? Nein, das war unqualifiziert. Okay, da ist vielleicht was dabei. Ich überlege mal. Und damit ist dieses erste Episodchen von Unheil über Arivor zu Ende. Und welches Unheil diese Helden in Arivor anrichten werden, das erfahren wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin.